Ich durfte heute bei dem Jubiläumsanlass von Redoc Zentralschweiz, Innerschweiz, dabei sein. Es war sehr spannend, zuzuschauen, wie wir die Hunde aufbauen, damit sie nachher das Ziel, das grosse Zielerreichung der Einsatzfähigkeit haben. Es ist toll, was hier geschaffen wird mit diesen Tieren. Es ist toll, was aus diesen Tieren herausgebracht wird. Und ich bin stolz darauf, dass ich Paten sein darf von einem solchen Hund, von der Orca, die mir auch ein bisschen gehört. Die Orca gehört meiner Frau, Gabi. Und ich bin riesig stolz, dass ich dort auf der Götte sein darf und sie begleite und weiterhin ihren Weg mitgehen auf dem Weg zur Einsatzfähigkeit.